Die Kausa um Hans-Georg Maaßen hatte die Große Koalition fast zum Zusammenbruch gebracht In einer Einigung zwischen Union und SPD sollte Maaßen dann Sonderberater bei Bundesinnenminister Horst Seehofer werden Nun ist die Abschiedsrede des Verfassungsschutzpräsidenten Publikum geworden und sorgt für Empörung Das Manuskript der Rede, die der 55-Jährige bereits am 18. Oktober hielt, liegt im Tagesspiegel vor Anzeigepunkt Anzeigepunkt Dort wiederholt der Verfassungsschutzpräsident seine Anschuldigungen und bezeichnete Angebliche Hetzjagden als frei erfunden zur Situation in Chemnitz Wo ausländisch aussehende Menschen von Rechtsextremen verfolgt worden waren Sagte Maaßen in der Rede, diese Hetzjagden hatten nach Erkenntnissen der lokalen Polizei Der Staatsanwaltschaft, der Lokalpresse, des Ministerpräsidenten des Landes und meiner Mitarbeiter nicht stattgefunden Jagdszenen in Chemnitz waren in Videos mehrfach belegt worden Maaßen war ursprünglich wegen eines Interviews in die Kritik geraten Indem er die Echtheit eines Videos zu den Rechten Ausschreitungen in Chemnitz vom August angezweifelt und bestritten hatte Auch seine Kontakte zu AfD-Politikern hatten für Irritationen gesorgt Maaßen kann sich Karriere in der Politik vorstellen Medienberichten über Chemnitz verglich Maaßen mit bewusster Medienmanipulation und Kampagnen russischer Desinformation Auch Politikern warf er bewusste Falschinformationen vor Das aber Politiker und Medienhetzjagden frei erfinden oder zumindest ungeprüft diese Falschinformation verbreiten, war für mich eine neue Qualität von Falschberichterstattung in Deutschland So Maaßen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuvor den Begriff genutzt Abschließend äußerte sich Maaßen auch zu seiner Zukunft nach Ausscheiden aus dem Amt als Verfassungsschutzpräsident Er könne sich auch eine Karriere in der Politik oder in der Wirtschaft vorstellen Die große Koalition aus Union und SPD hatte nach seinen ersten Interviewäußerungen wochenlang über die Zukunft des BfV-Präsidenten gestritten nach einer anfänglich geplanten Innenminister Seehofer stellte sich stets hinter den Spitzen der Amten, die Opposition forderte Konsequenzen Die Abschiedsrede von Maaßen im Wort laut.Liebe Kolleginnen und Kollegen Die Abschiedsrede von Maaßen im Wort Die Abschiedsrede von Maaßen im Wort Ich möchte mich heute aus diesem Kreis nach über 6-jähriger Zugehörigkeit von Ihnen verabschieden Manche Abschiede sind geplant, zum Beispiel wenn der Arbeitsvertrag befristet oder wenn eine bestimmte Altersgrenze erreicht ist Wie bei unserem Freund Rob, andere Abschiede sind nicht geplant und etwas überraschend, wie bei mir Die Vorsitzenden der drei Parteien, die die Bundesregierung in Deutschland bilden, Frau Merkel, CDU, Herr Seehofer, CSU und Frau Nahles, SPD, hatten am 23 September beschlossen, dass sich als Präsident des Bundesverfassungsschutzes abgelöst werden soll Damit ist eine Regierungskrise in Deutschland beendet worden. Die SPD hatte mit einem Bruch der Koalition gedroht Wenn ich weiter im Amt bleiben würde Hintergrund der Regierungskrise war die Tatsache, dass sich am 7. September gegenüber der größten Deutschen Tageszeitung-Bild-Zeitung die Richtigkeit der von Medien und Politikern verbreiteten Berichte über rechtsextremistische Hetzjagden bzw. Pogrome in Chemnitz in Zweifel gezogen hatte. Am 26. August 2018 war ein Deutscher von Asylbewerbern in Chemnitz getötet worden Am gleichen Tage gab es Demonstrationen in Chemnitz gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung von normalen Bürgern aber auch von Rechtsextremisten Dabei kam es vereinzelt zu Straftaten. Am folgenden Tag und an den darauf folgenden Tagen stand nicht das Tötungsgelikt im politischen und medialen Interesse Diese Hetzjagden hatten nach Erkenntnissen der lokalen Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Lokalkrisse, des Ministerpräsidenten des Landes und meiner Mitarbeiter nicht stattgefunden Sie waren frei erfunden. Ich habe bereits viel an deutscher Medienmanipulation und russischer Desinformation erlebt Sondern rechtsextremistische Hetzjagden gegen Ausländer, das aber Politiker und Medienhetzjagden frei erfinden oder zumindest ungeprüft diese Falschinformation verbreiten, war für mich eine neue Qualität von Falschberichterstattung in Deutschland Ich hatte mich in der darauf folgenden Woche gegenüber der Bild-Zeitung in nur vier Sätzen dazu geäußert, indem ich klarstellte Dass es nach Erkenntnissen aller zuständigen Sicherheitsbehörden keine derartigen rechtsextremistischen Hetzjagden gab Gegenüber den zuständigen Parlamentsausschüssen stellte ich in der folgenden Woche klar, dass ein Kampf gegen Rechtsextremismus es nicht rechtfertigt Rechtsextremistische Straftaten zu erfinden, die Medien sowie grüne und linke Politiker Die sich durch mich bei ihrer Falschberichterstattung adappt fühlten, forderten daraufhin meine Entlassung Aus meiner Sicht war dies für linksradikale Kräfte in der SPD, die von vorne herein dagegen waren, eine Koalition mit der CDU-CSU einzugehen Der willkommene Anlass, um einen Bruch dieser Regierungskoalition zu provozieren Da ich in Deutschland als Kritiker einer idealistischen, naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik bekannt bin War dies für meine politischen Gegner und für einige Medien auch ein Anlass, um mich aus meinem Amt zu drängen Aufgrund des schon erwähnten Beschlusses der drei Parteivorsitzenden werde ich mein Amt aufgeben, sobald ein Nachfolger bestimmt ist Dies wird voraussichtlich in den nächsten Wochen der Fall sein. Bundesinnenminister Seehofer, der mich und meine Position in dieser politischen Auseinandersetzung sehr unterstützte und dafür selbst viel Kritik von den Medien erfuhr, möchte mich als seinen Berater bei sich behalten Ob und unter welchen Bedingungen dies stattfinden soll, wird dem Einzelnen in den nächsten Wochen geklärt werden müssen Jedenfalls kann ich mir auch ein Leben außerhalb des Staatsdienstes zum Beispiel in der Politik oder in der Wirtschaft vorstellen Ich hätte nie gedacht, dass die Angst vor mir und vor der Wahrheit Teile der Politik und Medien in solche Panik und Hysterie versetzt Dass vier Sätze von mir ausreichend sind, um eine Regierungskrise in Deutschland auszulösen – es fällt mir schwer Mich nach sechs Jahren von ihnen zu verabschieden. Ich habe diesen Kreis sehr gerne angehört und habe in allen Sitzungen und bei allen Gesprächen ein hohes Maß an Kollegialität und an Solidarität festgestellt Ich habe festgestellt, dass wir die gleichen Ziele haben, die gleichen Werte teilen und gegen die gleichen Gegner von Freiheit und Demokratie kämpfen Ich bin der Auffassung, dass wir in den letzten sechs Jahren viel erreicht haben, viel auch für die Sicherheit meines Landes Ich habe in den letzten Jahren viel Unterstützung von ihnen erfahren bei der Lösung unserer nationalen Sicherheitsprobleme und ich habe mich immer bemut Sie auch bei ihrer Arbeit zu unterstützen, damit ihre Länder und Europa sicherer werden – ich möchte ihnen für all das danken Ich würde mich sehr freuen, auch nach dieser Zeit mit manch einem von ihnen persönlich und privat in Kontakt bleiben zu können Danken möchte ich ihnen auch für die vielen persönlichen und freundschaftlichen Momente, die ich erfahren durfte Vielen Dank für meine Zuschauer! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.